Jörn Schlünwoigts noch Ehefrau Hanna Weig und Giovanni Angiolini haben sich getrennt. Bedeutet das etwa ein Liebesskommeback für Jörn und das Model? In einem Interview bezieht Hanna Stellung. GZSZ Jörn Schlünfugt, seine Ex, trennt sich von ihrem Freund. 2017 kamen sie zusammen, waren vier Jahre verheiratet und bekamen eine gemeinsame Tochter. Dann trennten der GZSZ-Star Jörn Schlünfugt, 37, und das Model Hanna Weig, 27, sich im Oktober 2022. Kurz nach dem Liebesaus wurde die Influencerin häufiger mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini gesichtet, der auch schon mit Moderatorin Michelle Hunziker geflirtet haben soll. Vor wenigen Wochen wurden Hanna und Giovanni dann nicht mehr knutschend gesehen. GZSZ Jörn Schlünfugt, Liebesskommeback mit Hanna. Die Romanze mit Dr. Love sei nach gut einem Jahr nun vorbei. Unsere Lebensträume und Ziele haben am Ende doch nicht zusammengepasst, erklärt Hanna der BILD. Wie stehen also jetzt die Sterne für ein Comeback mit Jörn? Schließlich sind die beiden noch nicht offiziell geschieden. Im Interview mit der BILD stellt das Model klar. Jörn und ich sind sehr gut befreundet. Ein Liebes-Comeback ist aber ausgeschlossen. Ich konzentriere mich jetzt auf mein Leben und auf mein Unternehmen. Das inkludiere wohl auch neues Dating. Denn Hanna soll auf einer Promi-Dating-App aktiv sein und dort nach ihrem Mr. Right Ausschau halten. Aber auch wenn es in Sachen Liebe nicht mehr zwischen Jörn und der 27-Jährigen klappt, ihr Co-Parenting soll gut funktionieren. Das Sorgerecht für ihre Tochter haben sie sich nämlich geteilt. RTL erzählt Jörn, dass es ihm sehr leicht von der Hand ginge. RTL erzählt Jörn, dass es ihm sehr leicht von der Hand ginge.